Weihnachten, das ist doch das Fest der Liebe. Das klingt doch auch so schön und das wünschen wir uns doch alle. Aber ist es das auch wirklich? Leider nein. Statistisch gesehen ist es nämlich so, dass in über ein Viertel der Familien hier in Deutschland und sicher auch in anderen Ländern an Weihnachten heftig gestritten wird. Warum das so ist und wie wir das verhindern können, dass es an Weihnachten richtig kracht, statt friedvoll und harmonisch zu sein, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Woran kann es denn liegen, dass unsere Erwartung auf einen ruhigen, besinnlichen Jahresausklang und eben friedliche Weihnachten oft eben gar nicht erfüllt wird? Wir freuen uns doch drauf auf diese Zeit. Wir haben Bilder im Kopf, die uns natürlich auch triggern. Wir wünschen uns das perfekte Weihnachten. Es gibt so vieles, was wir eben auch in den Medien sehen, wie ein schönes Weihnachten auszusehen hat und danach sehen wir uns. Und warum klappt das so häufig nicht? Warum werden unsere Erwartungen enttäuscht? Ich kann da nur von mir sprechen. Ich habe immer das Bedürfnis, wenn der erste Advent sich zeigt, runterzukommen, mich zu erden, mich zu erden, auch wirklich in die innere Einkehr zu gehen und mich eben auch auf das zu besinnen, was wesentlich ist, was eben auch unser Zwischenmenschliches ausmacht, unser Miteinander, uns eben auf unsere Essenz zu besinnen. Das ist das, wonach wir uns sehen. Aber in der Realität, und so geht es auch mir, sind wir oft im Dezember total gestresst, weil dies und jenes muss noch erledigt werden und die Zeit, die geht sowieso viel schneller rum, als wir es uns eben vorstellen. Und wir haben viele Erledigungen. Wir haben einfach noch so viel am Bein und Termine und dieser Wunsch nach Erdung, Kontemplation und wirklich dieser Besinnlichkeit, der gelingt uns nicht. Die Realisation, die gelingt uns einfach nicht. Dann werden wir immer wuschiger und wuschiger und wir projizieren ganz viel von unserer inneren Unruhe dann natürlich auch aufs Außen. Wir erwarten, dass uns, ja, eine besinnliche Atmosphäre sofort runterholt und eben uns anzündet und in dieses liebevolle, friedvolle Gefühl bringt. Aber so geht es eben nicht. Wir sind letztendlich auch in dieser Zeit richtig gefordert, uns diese Ruhe zu nehmen und auch nach innen zu schauen. Und das ist eine richtige Entscheidung. Und das geht nicht mal eben so. Und wenn wir dieses, ja, dieses Bedürfnis nach Ruhe, wenn wir dem nicht wirklich nahe kommen, nachkommen, wenn wir uns nicht wirklich dafür entscheiden und uns die Zeit nehmen, dann passiert eben das Gegenteil. Dass die Zeit rast und das Weihnachtsfest alles richten muss. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, die diesen Turbo fahren und dann eben auch noch gemeinsam koordiniert werden muss, ja, dann ist es meistens so, dass es kracht, ja. Dass wir eben diesen Frieden in uns nicht gefunden haben. Dass wir selbst noch mit uns im Krieg sind, im Inneren. Uns eben auch nicht geerdet haben und diese Ruhe einkehren konnte, die wir uns wünschen. Und das ist ja wie im Tierreich auch. Im Winter wollen wir den Rückzug. Wir wollen diese Besinnlichkeit. Wir wollen die Reize minimieren. Wir wollen einfach auch, ja, zu uns finden. Aber wenn wir von einem Weihnachtsmarkt auf den nächsten und von einem Jingle Bells zum anderen und Weihnachtsfeier X und Y und einen Geschenkewahnsinn noch uns aufbürden und so weiter. Natürlich alles in der guten Absicht, endlich dieses Gefühl zu haben. Ja, aber das klappt eben nicht. Ja, und das ist bitter, aber es ist eben auch die Wahrheit. Und die Erwartungen, die dann eben auf diese paar Tage Weihnachten, wenn wir endlich alles erledigt und abgehakt haben, die darauf lasten, die können gar nicht erfüllt werden. Ja, und meistens prasselt es natürlich auch, weil wir mit uns nicht in Frieden sind. Und wenn dann uns einer querkommt auf der Weihnachtsfeier, zack, ist das eben wie ein Katalysator. Und statt wirklich auch den inneren Frieden, den wir haben, mit nach außen zu nehmen und uns dann diese friedlichen Umstände zu kreieren, das ist der Weg. Und dann kann uns auch niemand mehr triggern. Dann kann es uns eben nicht aus der Fassung bringen, wenn jemand anders nicht das tut, was wir uns wünschen. Sondern wir sind dann eben auch in der Akzeptanz, in der Annahme. Und wir sind eben in Frieden. Und wenn wir im Frieden sind, dann kann das außen auch im Frieden sein. Nur dann. Aber die Krux liegt eben darin, dass wir uns die Zeit für unseren inneren Frieden nicht nehmen, weil die Ablenkung groß ist und die vermeintlichen To-dos eben immer da aufploppen. Und dann, ja, dann schaffen wir es eben nicht, diesen Frieden in diesem kurzen Space der Feiertage herzustellen. Und das ist bitter und ist natürlich auch etwas, was uns dann auch einen schwierigeren Jahresausklang beschert, als wir es uns eben wünschen. Und jetzt ist die große Frage, wie gelingt es uns denn? Wie gelingt es uns denn, diese kindliche Freude, die wir wahrscheinlich auch noch erinnern alle, an Weihnachten, an dieses magische Fest, wo alles einfach nur auf Freude ausgerichtet ist, auf Schenken, beschenkt werden, auf Miteinander sein und die Außenwelt auch mal ausblenden. Und egal, wie viele Menschen da zusammenkommen, es kann auch eine ganz kleine Gruppe sein. Oder es gibt auch Menschen, die Weihnachten sehr friedvoll auch natürlich mit sich feiern können. Aber auch das braucht diese Vorbereitung. Auch das braucht diesen inneren Frieden, um dann auch diese Tage friedvoll zu feiern. Wie geht's? Du bist hier auf meinem Kanal, dem Vertrau-Dich-Kanal, dem Kanal für Face-Reading und Psychophysiognomik. Und ich kann dir nur von mir und natürlich auch von meiner Community erzählen, die sich mit dem Face-Reading beschäftigen, die in diese Haltung hineinwachsen, durch das Lernen des Face-Readings, dass sie sich mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Talenten, Charakterzügen, besser kennenlernen, annehmen und das natürlich auch mit dem Gegenüber können. Dem Gegenüber in die Augen schauen und wissen und spüren, was braucht dieser Mensch jetzt? Wie ist er unterwegs? Und auch natürlich, was braucht er an Weihnachten? Ist es ein Ruhe-Naturell, das wirklich Geselligkeit liebt und auch sehr gut für das leibliche Wohl sorgen kann? Ist es ein Bewegungs-Naturell, was natürlich nach dem Mittagessen auch auf jeden Fall raus muss und Lust hat, eben auch einen Spaziergang zu machen? Ist es ein Empfindungs-Naturell, was diese Besinnlichkeit nochmal auf eine ganz andere Art auch braucht, was vielleicht auch Gesang will, auch wirklich ganz hohe Schwingung braucht, auch um auch dieses Fest so zu feiern, dass es für diesen Menschen auch stimmig ist? Und wenn wir das sehen, mit welchen Menschen sind wir zusammen, mit welchen Menschen feiern wir, wie unterschiedlich sind sie, wie unterschiedlich sind die Bedürfnisse, dann gucken wir nicht immer nur mit unserer Brille auf das Ganze und haben nicht immer nur das Gefühl, ja, so wie ich mir das vorstelle, muss das auch gehen, sondern dann sind wir wirklich in der Lage, ein gemeinsames, friedvolles Weihnachten zu feiern mit unserer Verschiedenheit und wir können jeden auch so lassen, wer jetzt spazieren gehen will, geht spazieren, geht spazieren und wir mosern dann nicht rum und sagen, ja, jetzt bleibt doch mal sitzen, wir wollten doch dies machen oder wir wollen doch erst mal spielen oder wir wollen, wir wollen, sondern es ist okay. jeder hat auch da seine Freiheiten und geht seinen Bedürfnissen nach und das ist kein böser Wille, weil er hier die Gemeinschaft sprengen will oder sie, sondern es ist, wie es ist und dieses Draufschauen auf eine Gruppe, die zusammenkommt, mit hohen Erwartungen natürlich, ja, und Erwartung heißt immer, man erwartet etwas, man wartet drauf und da ist die Gefahr sehr groß, dass die Erwartung eben auch enttäuscht wird und diese Täuschung, die geht an Weihnachten doppelt tief, ja, weil wir eben so hoch fliegen und dieser liebevolle, bewusste und wertschätzende Blick auf das Gegenüber und auch auf uns erleichtert friedvolle Weihnachten, überhaupt jedes Familienfest, das ist ja nicht nur auf Weihnachten beschränkt und ich verlinke dir hier oben mal ein Video, wo ich noch genauer auch darauf eingehe, wie es eben gelingen kann und auch einige Merkmale erkläre, die uns es auch ermöglichen, auch im Kleinen schon zu sehen, wie ist wer gestrickt und wie kann ich eben auch bewusster die Bedürfnisse des Anderen erkennen und auch sein lassen. Aber hier in diesem Video liegt mir noch etwas anderes am Herzen. Ich möchte jetzt nicht so viel Facetheating-Wissen dir geben, du weißt, das kriegst du hier auf dem Kanal immer zwischendurch und es ist ja natürlich auch ein Wunsch von mir, dich auch mit dieser Methode zu verbinden, aber ich will heute noch mal etwas anderes machen, nicht noch mal, sondern das habe ich noch nie gemacht. Mich hat eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte erreicht von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Facetheating-Coach, Sabine Gürs. Die hat mir diese Geschichte vor ein paar Tagen geschickt und sagt, ach Anita, schau doch mal da drüber, es ist natürlich bekannt, dass ich auch Drehbuchautorin bin, die Geschichte habe ich mal geschrieben, ganz bescheiden und ich habe sie sprechen gehört aus dieser Mail, weil Sabine, ja, hat einen kleinen Mund, der auch von Bescheidenheit zeugt, aber sie hat Wort- und Redesinn und Wort- und Redesinn, jetzt blende ich doch mal ein Foto ein, sieht man am großen Abstand zwischen Augenbrauen und Auge. Hier, wie gesagt, kannst du es sehen und dieser Wort- und Redesinn heißt, man hat sprachliches Talent, man liebt es zu formulieren und hat einen Wortschatz, der eben auch zu außergewöhnlichen Formulierungen tendiert oder die, ja, überhaupt den Rahmen dafür bildet. Wenn man aber einen kleinen Mund hat, wie Sabine, dann ist man mit dem Wort- und Redesinn nicht unbedingt immer mit der Sprache verbunden oder der verbindet sich nicht automatisch mit dem Reden, sondern mit dem Schreiben, mit dem stillen Sprachschatz, den man so hat oder den Sprachschatz eben schreibenderweise auszudrücken und dass wir das in der Ausbildung bei ihr so klar erkannt haben, hat Sabine bewogen, eben auch nochmal ihre Geschichten, die sie vor einiger Zeit geschrieben hat, anzugucken und vielleicht auch nochmal mit einem anderen Blick anzuschauen, nämlich, ich habe das Talent dazu zu schreiben und das hat sie eben auch motiviert und ihr den Mut gegeben, das hat sie mir alles erzählt, mir diese Geschichte zu schicken und ich finde sie so schön, gelungen, grandios und berührend, dass ich sie jetzt vorlesen möchte und ich bin so dankbar, dass Sabine in meinem Kurs ist, in meiner Ausbildung und eben die Schublade nochmal aufgemacht hat und jetzt nochmal mit einer viel bewussteren Brille darauf schaut, warum sie denn mal so diese Schreibversuche gemacht hat und warum es so war, dass sie sich damit beschäftigt hat, weil sie das Talent dazu hat, aber irgendwie hat sie den Mut verlassen und sie hat es wieder weggepackt. Aber jetzt möchte ich mit dieser Geschichte für Sabine und für ihr Talent nach außen und möchte dich damit berühren und ich weiß, dass Sabine sich total darüber freut, über diese kleine Öffentlichkeit, über diesen Schritt nach außen und ich würde mir natürlich wünschen, wenn du hier das Video auch kommentierst, wenn dir die Geschichte gefallen hat, ich leite das alle Sabine weiter und das wird sie ermutigen, auch weiterzugehen. Sie ist Faithreaderin, sie ist in einem Monat mit der Ausbildung fertig, sie will damit arbeiten, aber sie will die Geschichten auch in den Gesichtern lesen und auch weiterhin ihr Talent des Schreibens pflegen und damit gehen. Und wie schön ist das? Es ist eine schöne Verbindung, denn in unseren Gesichtern stehen auch Geschichten, Lebensgeschichten, die sie bestimmt auch als wunderbare Quelle nehmen kann für ihr Schreibtalent. Jetzt habe ich ganz viel erzählt und dich neugierig gemacht und jetzt möchte ich anfangen, diese wunderbare Geschichte zu lesen. Ein Weihnachtswunder für Lucia, so heißt die Geschichte. An einem kalten Dienstag im Dezember, als dicke Schneeflocken vom Himmel tanzten und die Luft schon nach Tannenreisig und Lebkuchen roch, da verstand die kleine Lucia die wahre Bedeutung von Weihnachten. Wie das geschah und warum und was alles passieren musste, bis sie endlich soweit war, das ist eine ganz und gar wunderliche Geschichte und die will ich jetzt erzählen. Lucia war ein sehr kluges Kind und sie wollte allen Dingen immer auf den Grund gehen. Andauernd flitzten tausend Gedanken wie winzige Eidechsen durch ihren Kopf. Jeden einzelnen Tag und manchmal sogar nachts im Schlaf dachte sie über die erstaunlichen Fragen des Lebens und der Welt nach. Zum Beispiel darüber, woraus wohl die Ringe des Saturn gemacht sind oder wie es sein kann, dass Licht durch eine Scheibe scheint. Aber Lucia, antwortete einmal die Lehrerin in der zweiten Klasse, das kommt, weil die Scheibe durchsichtig ist. Ja, Frau Lehrerin, das sehe ich auch, aber wie scheint das Licht durch die Scheibe? Da wusste die Frau Lehrerin auch nicht mehr weiter. An diesem besonderen Dienstag also, da gab die Frau Lehrerin den Kindern eine Hausaufgabe und als Lucia nach Hause kam, trug sie zwei tiefe Falten zwischen den dunklen Augenbrauen. Die kamen vom vielen Denken. Während der ganzen Mittagszeit grübelte sie vor sich hin. Erst als die Mutter den Tisch schon wieder abräumte, platzte es aus Lucia heraus. Mama, sag mal, was ist die Bedeutung von Weihnachten? Aber Lucia, antwortete die Mutter, das weißt du doch, an Weihnachten feiern wir die Geburt vom Jesuskind. Ja, Mama, das weiß ich, aber was bedeutet Weihnachten? Die Mutter seufzte. Ach Kind, was meinst du denn damit? Ich verstehe dich nicht. Lucia schnaubte, wie ein kleiner Drache stampfte, mit dem Fuß auf den Boden und verschränkte die Arme ganz fest. Ich meine, was bedeutet Weihnachten? Das mit dem Jesuskind, das war doch schon vor so langer Zeit. Die Mutter betrachtete ihr seltsames Kind mit den freundlichen Augen der Liebe. Ach, weißt du, sagte sie, für mich bedeutet es, wir sind alle zusammen und haben es schön. Lucia hatte überhaupt nichts dagegen, mit allen zusammen zu sein und es schön zu haben, aber das alleine konnte doch niemals die Bedeutung von Weihnachten sein. Sie waren doch auch an Ostern und allen Geburtstagen und am Muttertag zusammen und hatten es schön. Wahrscheinlich musste sie einfach wen anders fragen, jemanden, der sich besser damit auskannte und da hatte Lucia auch schon eine blendende Idee. Sie sprang in ihre Stiefel, schlüpfte in die Wintersachen und hüpfte davon. Die Mutter blickte ihr kopfschüttelnd nach. Nach einem langen, langen Weg hatte Lucia endlich ihr Ziel erreicht. Staunend brückte sie sich am Schaufenster des Spielzeugladens die Nase platt. Hier gab es jede Menge Dinge, die alle mit Weihnachten zu tun hatten. Es gab Weihnachtsteddys, Weihnachtswichtel, Weihnachtselche und sogar Weihnachtszebras. Es gab schillernde Weihnachtsdekorationen und große und kleine Weihnachtskrippen mit und ohne die Heiligen Drei Könige. Es gab alle Arten von Spielzeug, verpackt in bunten Schachteln mit großen Weihnachtsschleifen und mitten im Laden stand ein riesiger Weihnachtsbaum. Lucia war ganz sicher, hier kannte man sich aus. Zuversichtlich betrat sie das dudelnde Weihnachtswunderland. Dort, direkt neben dem prächtigen Christbaum, da stand der Spielzeugladenbesitzer. Lucia steuerte geradewegs auf ihn zu. Der Spielzeugladenbesitzer trug ein schönes Weihnachtsmannkostüm mit Bart und roter Mütze. Er lächelte und grüßte und winkte freundlich und jedes Mal, wenn die Kasse klingelte, freute er sich. Lucia zupfte an seinem roten Mantel und weil sie nicht aufhörte zu zupfen, beugte der Spielzeugladenbesitzer sich schließlich zu ihr runter und sah sie an. Was willst du, Kind? fragte er und zeigte eine Menge von großen und weißen Zähnen. Ich habe eine wichtige Frage, antwortete Lucia. Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Der Spielzeugladenbesitzer schaute sie verdutzt an. Aber das weiß doch jeder, antwortete er. Wir feiern die Geburt vom Jesuskind. Lucia schnaubte wie ein kleiner Drache, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und verschränkte die Arme ganz fest. Ja, das weiß ich auch, aber was bedeutet Weihnachten? Was meinst du denn damit? Was soll es denn sonst bedeuten? Lucia starrte den Ladenbesitzer Weihnachtsmann an. Der starrte zurück. Dann wurde er wütend und kam drohend näher. Jetzt pass mal auf, du Göre, raunte er und seine Augen blitzten böse. Er packte Lucia am Arm. Du suchst die wahre Bedeutung von Weihnachten? Ich sag dir die wahre Bedeutung. Geschenke. Die wahre Bedeutung von Weihnachten sind Geschenke, viele Geschenke, große Geschenke und teure Geschenke und alle gekauft bei mir. Dann klingelt die Kasse und die Moneten vermehren sich und das ist lustig, lustig, tralalalala und jetzt verzieh dich. Er zerrte Lucia bis zur Ladentüre und warf sie hinaus. Lucia fand das gar nicht lustig und sie streckte dem blöden Weihnachtsmann die Zunge raus und zwar so weit, wie sie nur konnte. Aber was nun? Es dämmerte schon und noch immer fielen dicke Flocken wie Watte vom Himmel. Da fiel Lucias Blick auf den verschnörkelten Kirchturm am anderen Ende der Straße. In der Kirche brannte schon Licht und das leuchtete hell wie die Sonne durch das Schneegestöber hindurch. Ja, natürlich, dachte sie, der Herr Pfarrer und schon hüpfte Lucia davon die Straße entlang, direkt bis zum Kirchenportal. Sie schaffte es gerade so, die schwere Türe zu öffnen und tatsächlich, der Herr Pfarrer war da. Anscheinend war er gerade sehr beschäftigt mit irgendwelchen Pfarrersangelegenheiten. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, die rief Lucia laut und stürmte den Mittelgang entlang. Der Herr Pfarrer zuckte zusammen. Er war ein kleines Männchen mit einem Kugelbauch und einer sehr spitzen Nase, auf der eine runde Brille klemmte. Stopp, rief der Herr Pfarrer jetzt streng, benimmt man sich denn so im Hause Gottes? Lucia wusste nicht ganz genau, wie man sich im Hause Gottes benehmen sollte, aber jetzt bremste sie ab und setzte ganz artig Schritt vor Schritt. Ich habe eine ganz wichtige Frage, bitte. Lucia sprach sowohl erzogen wie noch nie. Der Herr Pfarrer schaute sie über den Rand seiner Brille angewidert und ohne Worte an. Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Was ist das denn für eine dumme Frage, antwortete der Herr Pfarrer. Jedes Heidenkind im ganzen Land sollte doch langsam wissen, an Weihnachten feiern wir die Geburt vom Jesuskind, unserem Heiland und Erlöser. Ja, das weiß ich doch. Lucia schnaubte wie ein kleiner Drache, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und verschränkte die Arme ganz fest. So langsam rückte die Verzweiflung näher. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, an diesem Tag, vor über 2000 Jahren, kam der Sohn Gottes zur Welt. Er ist zu uns gekommen, um die wahre und einzige Lehre zu verkünden und die heilige Mutterkirche zu gründen und er wird zurückkommen und um die Lebenden und die Toten zu richten. Der Herr Pfarrer sprach jetzt auf eine sehr merkwürdige Weise und bereitete ganz ergriffen von sich selbst weit die Arme aus. Es war wirklich gruselig. Doch noch wollte Lucia nicht aufgeben. Ich bin auch ein Kind von Gott, sagte sie. Das hätte sie besser nicht getan. Jetzt spuckte der Herr Pfarrer Gift und Galle. Was, schrie er, das ist reine Blasphemie. Wie kannst du es wagen, dich mit dem Jesuskind zu vergleichen? Da wurde Lucia aber auch ganz schön wütend. Das sagt mein Papa immer zu mir. Aber Lucia, Kind Gottes, so nennt er mich ja wohl. Und außerdem kann ich mich gar nicht mit dem Jesuskind vergleichen, weil ich ja ein Mädchen bin, was ganz bestimmt jeder sehen kann, der Augen im Kopf hat. Und was soll das überhaupt sein, dieses Blasphie-Dings? So, jetzt reicht es mir aber, zischte der Pfarrer. Dich hat doch der Teufel geschickt, um mir kurz vor dem Gottesdienst noch den letzten Nerv zu rauben. Lucia wusste ganz genau, der Teufel hatte damit rein gar nichts zu tun. Und das wollte sie dem Herrn Pfarrer auch sagen, doch der packte sie jetzt ganz fest am Ohr und zog sie den Mittelgang entlang Richtung Tür. Aua, schrie Lucia, Aua, sie tun mir weh. Aber da landete sie schon wieder draußen im Schnee und die schwere Kirchentüre fiel mit Donnerhall hinter ihr ins Schloss. Da stand Lucia nun und wusste nicht mehr weiter. Sie schniefte und rieb sich das schmerzende Ohr. Warum nur, konnte niemand eine so einfache Frage beantworten. Die Traurigkeit legte sich über sie wie eine schwere Last. Deshalb konnte sie nur ganz langsam die Straße entlang schleichen und die Schneeflocken hatten jede Menge Zeit, sich auf sie zu legen. Es war schon dunkel und der Weg nach Hause noch sehr weit. Aber da war der Park und unter einem kahlen Baum stand eine hölzerne Bank. Lucia wischte den Schnee beiseite und setzte sich. Sie war so müde und ihre Beine taten schrecklich weh. Im Park war es ganz still, nur aus der Ferne hörte man die Geräusche der Stadt. Der Schnee schwebte lautlos vor Lucias Augen nieder und ihre Lieder wurden immer schwerer und schwerer. Aber da, gerade als sie endgültig zufallen wollten, da hörte Lucia plötzlich ein lautes Schnaufen und das Klirren von kleinen Glöckchen. Von irgendwoher wurde es hell. Sie riss die Augen auf und sah, wie eine unförmige Gestalt neben ihr auf die Bank plumpste. Lucia erschrak fürchterlich und wollte schon schreien, doch da schaute ihr eine alte Frau mitten ins Gesicht. Die Frau hatte um ihren Kopf ein dickes Tuch gewickelt, an dem die Glöckchen befestigt waren. Ihr Gesicht war rund mit einer großen Nase und roten Apfelbäckchen und ihre Augen strahlten lustig. Überhaupt, es schimmerte hell um die ganze plumpe Gestalt, obwohl ihre Kleidung nur aus alten, lumpen und bunten Tüchern zu bestehen schien. An ihren Füßen trug sie blinkende Schuhe. Hallo, hallo, sagte die Frau mit einer tiefen und warmen Stimme. Wen haben wir denn hier im Dunkeln und mitten im Schnee? Sie schlenkerte kurz mit dem Arm und um die Parkbank herum hörte es sofort auf zu schneien. Dann beugte sie sich zu Lucia und starrte sie an. Ist wohl ein kleines Mädchen mit einem Kummer, stimmt's? Lucia nickte zögernd. Sie wunderte sich über alle Maßen und hatte auch ein bisschen Angst. Vielleicht möchte dieses Mädchen mit jemandem über ihren Kummer sprechen, mit jemandem, der ganz bestimmt helfen kann. Sobald sie ihre Stimme wiedergefunden hat, meine ich natürlich. Die Frau zwinkerte und wühlte zwischen ihren Tüchern und Lumpen. Aus irgendeiner verborgenen Quelle zog sie eine Thermosflasche hervor und schenkte etwas Heißes und Duftendes in einen Becher. Den gab sie Lucia. Darüber war Lucia sehr froh, denn vor lauter Kälte spürte sie schon ihre Beine nicht mehr. Der Drang schmeckte süß und köstlich und besser als alles, was sie jemals probiert hatte. Ihr wurde wohlig warm von den äußersten Zehenspitzen bis ganz hinauf zu den Ohren und besonders um das Herz herum. Lucia schöpfte wieder Hoffnung. Die sonderbare Frau lächelte. Ich bin Alberta, Alberta Hellerschein. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Sie streckte Lucia eine große Hand in einem wollenden Fäustling hin. Lucia nahm sie artig. Lucia, ich heiße Lucia. Alberta zog anerkennend die Augenbrauen nach oben. Das ist aber ein ausgesprochen schöner Name. Weißt du denn auch, was er bedeutet? Lucia schüttelte den Kopf und schaute Alberta mit großen Augen an. Lichtbringerin, antwortete Alberta. Es bedeutet Lichtbringerin. Für einen Moment fühlte sich Lucia sehr stolz, aber auch ein bisschen verlegen. Dann wurde sie von etwas anderem abgelenkt. Warum hast du blinkende Schuhe? Platzte es aus ihr heraus. Alberta kicherte und streckte ein dickes Bein in einem geringelten Wollstrumpf nach vorne. Sie drehte den Fuß mit dem Schuh hin und her. Ach, weißt du, antwortete sie dann, ich mag einfach alles, was hell ist und leuchtet. Lucia nickte, das konnte sie gut verstehen. Sie fasste sich ein Herz. Kennst du die Bedeutung von Weihnachten? Alberta schaute sie aufmerksam an. Ja, natürlich. Die kenne ich sogar ganz genau. Wirklich? fragte Lucia skeptisch. Aber ja, Liebes. Alberta nickte. Das ist gar nicht zu schwer. Überleg mal, wann wird Weihnachten gefeiert? In der Zeit der Helligkeit oder in der Zeit der Dunkelheit? Na, in der Zeit der Dunkelheit, antwortete Lucia, mitten im tiefsten Winter. Ganz genau. Mitten im tiefsten Winter und dann hängen die Leute Lichterketten auf, sie stellen Kerzen ins Fenster, der Weihnachtsbaum wird bunt geschmückt und überhaupt, es wird so viel Licht gemacht, wie es nur geht. Schon von Anfang an haben die Menschen mitten im tiefsten Winter das Licht gefeiert. Ja und? fragte Lucia. Ja und das ist die Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten ist ein Symbol für Licht in der Dunkelheit und Hoffnung in der Finsternis. Lucia spürte ein ganz komisches Kribbeln im Bauch und da wusste sie, das war die Wahrheit. Denn natürlich erkennt man die Wahrheit, wenn man sie hört. Aber noch war sie nicht zufrieden. Und was hat das jetzt mit dem Jesuskind zu tun? Alberta holte ganz tief Luft und setzte sich bequemer hin. Damals, das waren wirklich finstere Zeiten und die Menschen brauchten dringend mehr Licht. Da brachte das Jesuskind eine frohe Botschaft, so strahlend hell, dass sie bis heute leuchtet. Sie gilt für alle Menschen und sogar auch dort, wo es gar keinen Winter gibt. Deshalb feiern wir immer noch seinen Geburtstag. Lucia erinnerte sich an etwas, das sie in der Schule gelernt hatte. Habt euch lieb? Ja, genau. Das ist ein Teil der Botschaft. Und auch, alle Menschen sind Kinder von Gott und alle sind wertvoll und wichtig. Lucia zog eine nachdenkliche Schnute. Das haben die aber total vergessen, glaube ich. Alberta schmunzelte, zuckte mit den Achseln und gab Lucia ein Rosinenbrötchen, das sie von irgendwo hervorgezaubert hatte. Lucia biss voller Wonne in das leckere Brötchen. Gerade hatte ihr Magen geknurrt und sie hatte an genau so ein Brötchen gedacht. Als sie den letzten Krümel verspeist hatte, fiel ihr etwas ein. Mein Papa sagt auch immer, wir leben in finsteren Zeiten. Lucia runzelte die Stirn und fühlte sich gleich ganz schwer und bedrückt. Ach, Kind, antwortete Alberta, alle Zeiten sind finstere Zeiten, wenn nicht die Menschen für Licht sorgen. Lucia richtete sich auf, sie war wie elektrisiert. Du meinst, man kann sogar selber dafür sorgen? Aber natürlich lachte Alberta. Das ist ja der Witz an der Sache. Jetzt komm, ich bring dich nach Hause. Deine Eltern suchen bestimmt schon nach dir. Lucia nahm Albertas große und warme Hand und sie verließen gemeinsam den Park. Noch immer schneite es und keine Menschenseele war weit und breit zu sehen, doch mit Alberta an ihrer Seite fühlte Lucia sich so wohl wie ein Vöglein im Nest. Etwas gab es allerdings noch, das wollte sie unbedingt wissen. Du, Alberta, fragte sie, wie macht man das denn? Für Licht sorgen, meine ich. Alberta blieb ruhig ratig stehen, riss die Augen auf und bereitete übertrieben weit die Arme aus. Halleluja, ich dachte schon, du fragst nie. Aber sie lachte und ihre Stimme klang freundlich und als die beiden ihren Weg fortsetzten, erklärte Alberta, was es damit auf sich hatte. Es ist so, alles, was dein Herz leicht und fröhlich macht, sorgt für helleres Licht. Und was macht das Herz leicht und fröhlich? Da fällt dir doch bestimmt was ein, oder? Und während sie so durch die Winternacht stapfen, fielen Lucia tausend Sachen ein, die das Herz leicht und fröhlich machten. Im Wald spazieren gehen, einen Schneeengel machen, Tiere streicheln, nachts die Sterne anschauen, am Meer sitzen, auf einem Pony reiten, den Vögeln beim Singen zuhören, Mama und Papa ganz fest umarmen, jemandem ein schönes Geschenk überreichen, eine Räuberpolka tanzen, neue Freunde finden, ein Bild malen, ohne Schirm, im Regen rumrennen, Schokoladeneiscreme essen oder lieber Himbeertorte oder am besten Schokoladeneiscreme mit Himbeertorte. Und natürlich Weihnachten feiern, beendete Lucia, begeistert ihre lange Liste. Alberta nickte und blieb stehen. Sie hatten Lucias Zuhause fast erreicht, man sah schon den hellen Schein aus den Fenstern. Alberta nahm Lucias Hände und sah ihr tief in die Augen. Jetzt hast du eine lange Liste, das ist gut, denn manchmal ist es sehr schwer, ein leichtes und fröhliches Herz zu haben. Denn eine Sache gibt es noch, die allerwichtigste. Lucia hörte äußerst aufmerksam zu. Und das ist Mitgefühl. Mitgefühl zu haben mit allen Lebewesen und trotzdem ein leichtes und fröhliches Herz zu bewahren. Das ist ganz und gar nicht einfach. Aber wenn es klappt, dann kannst du am besten für Licht sorgen. Verstehst du? Lucia nickte. Das verstand sie sogar sehr gut. Aber woher nur wusste Alberta das alles? Alberta, woher weißt du das alles? fragte Lucia. Ihre neue Freundin lächelte geheimnisvoll und für einen Moment strahlte sie ganz hell. Dann beugte sie sich langsam nach vorne, bis ihr Mund direkt an Lucias Ohr war. Die Glöckchen am Kopftuch klirrten leise. Alberta flüsterte. Ich bin ein Weihnachtsengel. Da staunte Lucia aber, wie sie noch nie zuvor gestaunt hatte. Du? Ein Weihnachtsengel? Aber ja, bestätigte Alberta heiter. Sie richtete sich auf, streckte die Arme aus und drehte sich beschwingt auf einem Bein im Kreise, sodass alle Tücher und Lumpen wirbelten, ihre Schuhe blinkten wie verrückt. Nicht alle Engel sehen aus wie Engel, wenn du verstehst, was ich meine. Sie zwinkerte Lucia zu. Und ich hab's halt lieber bequem. Aber jetzt lauf schnell nach Hause und wenn du mich mal brauchst, komm einfach in den Park. Alberta winkte nochmal und drehte sich um und ging davon. Auch wenn Sommer ist, rief Lucia ihr ungläubig nach. Aber ja, dann auch. Engel haben immer Dienst. Albertas Stimme klang schon wie aus weiter Ferne. Lucia schaute ihr nach, bis die große Gestalt im Schneegestöber verschwunden war. Dann drehte sie sich um und rannte so schnell sie konnte nach Hause. Kaum hatte sie an der Tür geklingelt, da wurde diese auch schon aufgerissen. Gott sei Dank, du bist wieder da, geht es dir gut, wo bist du nur gewesen? Lucias Mutter war ganz aufgelöst vor lauter Sorge und umarmte sie ganz fest. Mama, Mama, ich hab herausgefunden, was die Bedeutung von Weihnachten ist. Lucia strahlte über das ganze Gesicht und hüpfte vor Freude auf und ab. Aber jetzt muss ich noch was ganz Wichtiges machen. Sie schleuderte ihre Stiefel von den Füßen, warf die Jacke und alles andere auf den Boden und rannte die Treppe hinauf. Die Mutter schaute ihr kopfschüttelnd nach. In ihrem Zimmer schrieb Lucia sorgfältig in ihr Schulheft die Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten ist ein Symbol für Licht in der Dunkelheit und Hoffnung in der Finsternis. Das haben die meisten Leute vergessen. Aber ich kann sie ja jetzt daran erinnern. Man muss aber auch selber für Licht sorgen, wenn es was werden soll. Das geht am besten, wenn man fröhlich ist und Liebe und Mitgefühl für andere hat. Das ist die frohe Botschaft vom Jesuskind und deshalb feiern wir immer noch seinen Geburtstag. Ein Weihnachtsengel mit blinkenden Schuhen hat mir alles erklärt und der muss es ja schließlich wissen. Als wenig später der Vater und die Mutter ins Zimmer kamen, schlummerte Lucia schon ganz selig. Auf dem Schreibtisch lag das aufgeschlagene Schulheft. Die Eltern lasen, was sie geschrieben hatte. Ach, Lucia, Kind Gottes, sagte der Vater und strich ihr sanft über die Wange. Die Mutter gab ihr einen dicken Kuss und betrachtete ihr seltsames Kind mit den zärtlichen Augen der Liebe. Na, ist das eine schöne Geschichte oder ist das eine schöne Geschichte? Ich finde sie so berührend und so weisheitsvoll und ich bin dankbar, dass Sabine mir die geschickt hat, weil sie hat auch noch eine Bedeutung, auf die ich auch noch mal eingehen will und die mir sehr am Herzen liegt. Denn es ist ein Appell auch an die Kinder zu denken, wenn wir unseren eigenen Film an Weihnachten fahren, wenn wir unsere innere Unruhe mit ins Weihnachtsfest tragen, wenn wir den Kindern es nicht ermöglichen, mit ihrer Weisheit und mit ihrer Strahlkraft auch wirklich zu leuchten an Weihnachten und eben ihr Licht in die Familien zu tragen. Weil die Kinder, die haben das noch in sich. Die sind noch anders verbunden mit dem Universum, mit dem Alles in allem. Und die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen und als kleine Lichtboten uns auch das Herz in unserem Inneren, was manchmal auch ein bisschen überlagert und verschattet ist, wieder zum Leuchten bringen, denen dürfen wir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken und uns berühren lassen. Und ich habe so schöne Gespräche und Videos hier auch auf meinem Kanal. Eins verlinke ich dir, wo auch dieser Zusammenhang noch mal deutlich wird, wie wichtig es ist, dass wir von den Kindern lernen und dass wir sie mit diesen Augen anschauen, dass sie weisheitsvolle Wesen sind und dass wir nicht mit unseren manchmal auch verschütteten, vom Verstand getriggerten und getriebenen Erkenntnissen ihre innere Weisheit dominieren, sondern dass wir ihnen den Raum geben. Und ja, wie gesagt, ein Video verlinke ich dir und eins kannst du am Schluss dieses Videos dir auch noch anschauen. Ein Gespräch über, ja, die wunderbare Kraft der Kinder und ich freue mich sehr, wenn dich dieses Video impulsiert hat und vielleicht auch an dein eigenes Licht erinnert hat, was du hast und was wir alle in uns haben und was wir wirklich auch zum Leuchten bringen dürfen, gerade jetzt in dieser dunklen Zeit. Und dass da auch wirklich die Bedeutung von Weihnachten drin liegt, dass wir unser eigenes Licht erst mal erkennen und zum Leuchten bringen. Dass wir sehen, wie schön wir sind, wie wertvoll wir sind, wie viele Talente wir haben. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dass wir uns anlächeln und eben auch wirklich unser Strahlen hervorholen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du diesen Move hinkriegst, dieses Weihnachten zu einem lichtvollen Weihnachten werden zu lassen und andere mitzunehmen, ihnen auch mit Licht und Liebe zu begegnen und sie ein bisschen anzuzünden, mit ihrem inneren Licht auch zu leuchten. Alles, alles Liebe, besinnliche, lichtvolle, gesegnete Weihnachten wünsche ich dir von ganzem Herzen mit, wie auch immer du feierst, mit wem auch du feierst. Feier erst mal mit dir und feier dein Licht und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann begegnen. Alles, alles Liebe und nicht vergessen, vertrau dich.